hallo und herzlich willkommen zu dieser folge ich sag gleich von vorne weg ich habe in dieser folge geht es nur um den baggertransport von dem hitachi 490 ich habe keine entlade szenen drin ich habe die szenen drin vom fahren einige szenen dabei sind szenen vom dolly abbau vom tiefbett rückbau dass ich so viele aufnahmen davon habe hätte ich jetzt auch nicht gedacht es hat leider oder es hat eine ganze folge gegeben ich hoffe das ist ok war eigentlich so nicht geplant aber ich habe das ganze jetzt halt etwas ausführlicher gemacht ja guckt euch an und dann seht ihr was ich gemeint habe so 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 Ja, ich warte jetzt noch mal an BF3. Ja, ich warte jetzt 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 mal an BF3. Dann unser KMC mit nach Hause. Schauen wir mal. Ja, ich warte jetzt mal an BF3. Ja, ich warte jetzt mal an. Ja, ich warte jetzt mal an BF3. Ich warte jetzt mal an BF3. BF3. Ich warte jetzt mal an BF3. 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 Rade, ne? Dass man so wenig sieht davon. War ja auch doofe, eben beim Schneiden ist mir eingefallen. Ich hätte können meine zweite Kamera ans BF3 hängen, ne. Hätten wir wenigstens von hinten etwas gesehen. versprochen beim nächsten transport wird das so passieren ich habe da in dem moment einfach nicht dran gedacht so ist er halt da ist er wieder die straße las ich hoffe dass ich jetzt die traktion verliere aber ich glaube das sieht gut aus so 20 nach 5 sind schon da anziehungsweise schon an der ausfahrt hier landet gerade eine in rammstein hier hier WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich kippe sie hoch hier. Ich kippe sie hoch hier. So. So. Aber. Obla. Genau. So. Langsam, langsam. Stopp. Ein bisschen weiter nach links. Jawohl. Perfekt. Na ja, hier wird es jetzt noch ein bisschen eng, weil die den bescheidenen Fahrbahnteiler hier auf die Straße gelegt haben. Also verstehe ich immer noch nicht, warum man das hier so machen muss. Langsam, langsam. Stopp. Beweise Post. Du kippt dabei noch. Oh, alles gut, Tommi. Ich will das nur sein. Steht er wieder. Wieder helfen. So, wir laufen jetzt schnell davor an die Schranke. Die Scanner von der Ein- und Ausfahrt müssen abgebaut werden. Wir helfen jetzt schnell und dann fahren wir in die Kiste rein und laden ab. Abladen habe ich leider keine Bilder gemacht. Oder halt Aufnahmen. Es hat angefangen zu regnen ohne Ende. Und wir haben uns beeilt, dass wir halt fertig werden. Ja, wir sind ohnehin und bei uns verstehe erschrecken. Abkommen zurück, oder? B- oder? Abkommen zurück. Abkommen zurück. B-I-A-L-Geräusche Abkommen zurück. Abkommen zurück. Abkommen zurück. Die Kamera läuft noch, die Kamera läuft noch. Ich hoffe, dass es von mir her reicht. Das sollte passen normal. Ich habe es leer. Katastrophal, das ist echt geschehen. So, ich will doch gucken, dass ich vorne das Tor rauskomme. So. 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 Soll ich mal durch den Kreisel kommen jetzt. Aber es sollte auch gehen. Dann warten wir noch ab hier. Ich muss halt sehr viel mitlenken, anders geht es nicht. Am nächsten geht es nicht. Also 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 geht es nicht. Dann können wir das Tiefbett zurückbauen. Die ganze Verschraubung hier, hier drin. Diese hier. Die werden einfach gelöst. Alle gar. Auf beiden Seiten. Und dann kann ich die Bretter einfach rein anschieben. Mache ich jetzt mal. So. Eigentlich wollte ich jetzt gar die ganze Splinter raus machen. Aber klappt nicht so wie ich mir das vorstelle. Ich mache die ganze Lampe weg. Und das ist mal wieder. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. So, an der anderen Seite sind alle lose. Ich spiel mir die rein. So, an der anderen Seite sind alle lose. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im out WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich hoffe, man kann noch etwas erkennen. Und das Blint, Ahock-Modell 1, das Blint weg, oder? Das Blint, Ahock-Modell 1, das Blint, 1, das Blint, 2, das Blint. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020